Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid gut in diesen Samstagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 17.150 US-Dollar. Wir haben es geschafft mit Daily Close vorgestern mal ein höheres hochzukriegen. Werden wir uns gleich nochmal angucken. Trotzdem wurden wir wieder leicht abverkauft. Woran das gelegen hat, welche Level wir jetzt auf jeden Fall im Laufe des heutigen Tages erreichen können, schauen wir uns auf jeden Fall an. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentar da lassen und kommt gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit genug Werbung gemacht. Momentan wie gesagt 17.150 US-Dollar. Ihr seht es, wir hatten hier oben eine Menge Widerstande in dem Bereich der 17.300 bis ungefähr 17.390 US-Dollar. Kurze WIC gab es gestern noch um 14.30 Uhr, wo dann die Erzeugerpreise bekannt gegeben wurden. Hat aber nicht dafür gereicht, dass wir hier einfach ein höheres Hoch ausbilden und dann auch ein Close da drüber kriegen. Denn die Erzeugerpreise, muss man ganz ehrlich sein, waren nicht positiv. Sie sind gestiegen gegenüber dem Vormonat bzw. der Prognose, die gegeben wurde. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Zeichen. Könnte die Fed damit ihre Zinsen doch um 0,75 Basispunkte erhöhen, ist auf jeden Fall weiterhin im Raum. Weil umso höher natürlich die Erzeugerpreise sind, desto höher ist wahrscheinlich dann auch wieder die Inflation. Das heißt, den Trend, den wir jetzt nach unten hin hatten, könnte sich dann jetzt wieder nächste Woche, wenn die Zahlen rauskommen, darüber sprechen wir dann später noch im Wochenausblick drüber, könnte das natürlich negative Auswirkungen auf die Inflationszahlen haben. Und wir haben ja schon im letzten Wochenausblick drüber gesprochen, dass dieser Monat ein bisschen kritisch werden könnte, November, Dezember, weil Ölpreis und sowas noch ein bisschen komisch war. Werden wir dann uns alles später nochmal genauer angucken. Auf jeden Fall, seitdem ging es dann kurzzeitig nochmal runter, also wir sind bis auf ungefähr 17.050 US-Dollar runtergekommen. Swing-Failer-Pattern hier oben heißt, wir hatten kurz das Fake-Out, dann ging es nach unten und seitdem konsolidieren wir hier in diesem Bereich. Unser 7i-Gebblick war ungefähr 17.035 US-Dollar, also auch hier wenig Veränderung. Und was man auch dazu sagen muss, vom Golden Pocket sind wir auch noch meilenweit entfernt. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, die 16.900 US-Dollar wäre so der erste Ankerpunkt, wo wir eigentlich hingehen sollten. Aufgrund des Vektors, was wir hier haben, aufgrund des 0,5er Fibonacci Retracement Level, was wir hier haben. Aber da tut sich einfach momentan nichts. Und momentan haben wir zwei Liquidationszonen. Das ist einmal da oben der Wig, den wir gebildet haben. Ihr seht, das Volumen, was hier oben reingekommen ist, ist ordentlich reingekommen. Und nach unten hin haben wir eben weiterhin diesen Bereich um 16.500 US-Dollar. Also es gibt momentan zwei Zonen, die interessant werden könnten. Einerseits für einen neuen Short, sage ich mal, in dieser Region hier oben über diesem Wig bei ungefähr 17.350 bis ungefähr 17.450. Kriegen wir nur ein Wig darüber, klares Short-Signal von meiner Seite aus zumindest, wenn wir kein Close darüber kriegen. Nur dieser Wig ist es einfach auch hier die Liquidität abzugreifen und dann eben den Downtrend nach unten hin fortzusetzen. Denn da unten liegt einfach noch zu viel Liquidität, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Es spricht nichts dafür, dass wir jetzt hier ein endgültiges Breakout in Richtung 20.000 US-Dollar hochgehen. Es ist weiterhin die Möglichkeit, auch wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt von Tag zu Tag weiterhin sinkt, dass wir zwar nochmal in dem Bereich hier oben um 17.800 bis 18.000 US-Dollar hochkommen. Die Wahrscheinlichkeit ist noch da, aber danach sieht alles deutlich bearischer aus. Und natürlich dann noch der Fett-Zinsentscheid, die Inflationsdaten nächste Woche. Da können wir uns nächste Woche auf eine riesige Volatilität einstellen, vermute ich zumindest mal. Und dann könnten wir natürlich auch die ganzen Vektoren und sowas nach unten hin weiterhin abholen. Aber wie gesagt, 18k ist maximal noch drin, meines Erachtens nach. Danach deutliche Korrekturwelle drin. Kurzes Update nochmal zu den Trades, die momentan laufen. Es läuft weiterhin der BTC Short. 17.370 US-Dollar war der Entry, wurde weiterhin nicht ausgestoppt, also der läuft. Ich habe ihn sogar wieder ein bisschen aufgestockt, aber weiterhin Stop-Loss Entry gemacht. Also wir haben hier überhaupt kein Risiko momentan, zumindest wie es aussieht. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ob dann, sollten wir hier runter ins 0,5er Fibonacci Retracement Level kommen oder ans 0,618er als uns Golden Pocket. Kann ich mir vorstellen, nochmal hier als Hedge nochmal so einen kleinen Long möglicherweise aufzumachen, um eine mögliche Gegenbewegung nochmal nach oben hinzubekommen. Ansonsten hatten wir jetzt die letzten Wochenenden auch immer, dass überhaupt keine Bewegung reinkam. Also wir bilden dann unsere Psy-Range am Sonntag. Darauf wird es dann meines Erachtens ein bisschen ankommen. Aber ansonsten gibt es hier momentan wenig Setups, die man hier vorzeigen könnte, beziehungsweise die man traden könnte. Zwei gibt es. Das wäre einerseits hier so ein enger Stop-Loss hier beim Golden Pocket oder halt 0,5er. Der zweite Bereich liegt dann hier unten bei ungefähr 16.500 bis ungefähr 16.300 US-Dollar, wo wir unsere Demand, unseren Vektor, unsere Ineffizienz haben. Und da unten liegt halt eine Menge, Menge, wo wir uns nochmal angucken könnten. Ziehen wir jetzt auch von hier unten nochmal das Golden Pocket bis hier hoch, sehen wir auch, okay, hier unten der Bereich um 16.500, wo ja auch noch das Setup, glaube ich, in der Gruppe drinnen ist, unser Long-Setup, da liegt einfach so die meiste Überschneidung. Das ist auch, sage ich mal, das grobe oder für mich persönlich das beste Ziel, um hier unten in eine Long-Position einzugehen und dann nochmal möglicherweise eine finale Welle nach oben in den Bereich der 18.000 US-Dollar hinzubekommen. Jetzt habe ich euch ja gesagt, wir gucken uns nochmal ganz kurz den Daily Close an, machen wir jetzt auch. Und zwar, warte, ich ziehe es nochmal ein bisschen auseinander, sehen wir das hier ganz gut. Also wir hatten ein höheres Hoch, wo wir letzte Woche immer wieder darüber gesprochen haben, nachdem wir diese impulsive Kerze hier gehabt haben. Natürlich kein insgesamt höheres Hoch. Insgesamt hätten wir bei 17.400 schließen müssen, aber es war zumindest mal ein Anfang hier ein bisschen zumindest mal höher zu schließen, über 17.200. Ja, Problem war einfach hier wieder, nächster Tag sofort wieder abverkauft, Liquidität darüber abgegriffen und sofort wieder runter. Und jetzt ist es Wochenende. Also es sieht nicht wirklich bullisch aus momentan, muss man dazu sagen. Deswegen gehe ich maximal wirklich von den 18k aus und dann unten nochmal möglicherweise sogar ein Lower Low zu bilden. Also so bullisch sieht es dann meines Erachtens nach doch nicht aus. Es wurde einfach zu viel Liquidität wieder abgegrast. Und von der Liquidität her, hätte ich gesagt, liegt mehr unten zu fischen von den Longs als von den Shorts momentan. Gut, dann Blick rüber zu Ethereum. Auch hier wenig Änderungen. Hier sind wir wenigstens mal ans 0,5er Fibonacci Retracement Level gekommen, wo wir gestern drüber gesprochen haben, aber noch nicht ans Golden Pocket. Das war ja eigentlich so das Hauptziel, wo wir drüber gesprochen haben. Also 0,5er bis zum Golden Pocket. Ich mache mal das ganz kurz weg. Dann seht ihr nämlich, dass wir uns zumindest, jetzt gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Shart, damit ihr versteht, was ich meine, dass wir uns zumindest die Ineffizienz hier drüben geholt haben. Also ihr seht hier dieses Hoch, ihr seht den Pump danach und da drunter oder genau an diesem Punkt liegt eben die Ineffizienz und die haben wir uns genau fast auf den Dollar geholt. Klar, minimale Abweichung nochmal um 1, 2 Dollar. Aber die wurde jetzt erst einmal gefischt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wir haben danach eben nicht diese impulsive Bewegung nach oben hingesehen. Wir haben die Liquidität abgegrast. Wir haben keine Bullish-Divergence gar nicht hier gebildet. Also auch wenig Long-Impuls. Also wer das vielleicht die Ineffizienz hier getradet hat, Stop-Loss-Entry und fertig, weil da tut sich einfach zu wenig. Interessanter ist momentan einfach der Bereich hier oben um die 1.296. Auch hier höheres Hoch mit aber sehr, sehr viel Short-Volumen, was auch davor dann hier in den Markt reinkam. Also es ist auch nicht das Wunsch-Szenario, was man hier gesehen hat. Schönes Doppeltop. Aber ganz ehrlich, tut sich einfach momentan wirklich zu wenig, um hier klare Setups reinposten zu können. Wie gesagt, das Golden Pocket liegt dann hier unten in dem Bereich der 1.245. Sorry, ist noch früher morgen. Bearish-Divergence ausgelöst. Bearish-Divergence mittlerweile ausgespielt. Aber auch hier eher so ein bisschen Seitwärtsphase. Ich tue mir hier schwer, irgendwelche richtigen Setups, sage ich mal, reinposten zu können, weil wir immer noch die Unsicherheit hier oben haben mit diesen 1.311 US-Dollar. Hier oben liegt Liquidität, da liegt Liquidität und hier drüben auch nochmal. Wir haben hier eine größere Range einfach. Die Range hier oben, wenn wir die einfach nochmal antesten würden, beziehungsweise auch hier nochmal ganz kurz hochkommen würden, als der Fahrtweg, dass wir hier hochkommen, ein Wig drüber kriegen bis 1.320 oder von mir aus sogar 1.340 ist im Bereich des Möglichen. Und dann ein Close darunter, dass wir kein höheres hochkriegen, ist das für mich ein klares Short-Signal. Wahrscheinlich dann nochmal so ein kleines Doppeltop. Und dann runter wäre dann wirklich die einfachste Möglichkeit, in dem Bereich der 1.200 US-Dollar vorzustoßen. Gut, also auch hier wenig Veränderung. XRP schauen wir uns auch mal noch ganz kurz an. Auch hier braucht man nicht lange darauf eingehen. Habe ich ja gestern das Update rausgepostet. Seitwärtsphase, Downtrend, eher so ein Descending Triangle. Also auch hier wenig, wenig Bewegung. Polkadot war ja gestern auch dabei. Auch hier wieder erneuter Abverkauf. Wir haben es noch nicht geschafft, hier dieses Breakout hinzulegen. Darum geht es aber. Hier ist unser Falling Wedge. Ich zeige euch das ganz kurz nochmal auf dem Daily Chart, wer das Video gestern noch nicht gesehen hat. Seht ihr ganz gut. Wir sind hier weiterhin übergeordnet. Also dieses riesigen Falling Wedges heißt weiterhin im Downtrend. Die Möglichkeit für den Bereich um 5 Dollar ist auf jeden Fall noch gegeben. Dann schauen wir uns mal noch den DYDX an. Haben wir uns ja auch lange nicht mehr angeguckt. Auch hier keine signifikante Änderung. Wir gammeln hier weiterhin um dieses Golden Pocket herum. Also von dieser Aufwärtsbewegung. Für mich eher ein Long-Einstieg in den Bereich der 1.40 bis ungefähr 1.30. Hier liegt der Abtrend. Hier unten liegt so eine kleine Daily Demandzone. Die würde ganz gut tun, um hier nochmal einen Bounce zu sehen. Also auch hier müssen wir weiterhin abwarten. Ist momentan genau so vor dieser Ineffizienz, beziehungsweise vor diesem Void oder vor diesem Vektor, ist das Risiko einfach viel, viel zu hoch, dass man hier liquidiert wird. Und wenn wir dann das Risiko uns angucken, einfach mal von hier bis darunter sind es 11%. Und das ist einfach kein Trade-Risiko. 11% ist einfach viel zu groß. Da warten wir, bis eben diese Zone gefüllt wird und dann unseren Entry, sage ich mal, reinzulegen. Dann haben wir noch Chainlink Staking. Wie gesagt, ist jetzt erst mal online gegangen auf dem Ethereum Mainnet. Wir befinden uns hier in der Supportzone. Hier bin ich sogar momentan am Überlegen, ob wir hier sogar eine kleine Long-Position eingehen. Wir haben jetzt schon einen zweiten Bounce gesehen. Volumen ist nicht wirklich Bombe. Vier Stunden Demandzone wurde getestet. Schauen wir mal, was da unten noch so an Liquidität liegt. Eigentlich kaum. Klar, wir haben hier unten noch so eine Ineffizienz, beziehungsweise ein Void bei 6,12$. Ob das wirklich erreicht wird, werden wir dann auf jeden Fall mal sehen. Ganz kurz mal Vergleich mit dem Golden Pocket von unserem Low zu unserem High ziehen. Da liegt das 0,5er bei ungefähr 6,70$. Das wäre so der erste Bereich, wo man wirklich überlegen könnte, hier eine Long-Position aufzumachen. Und dann vom Risk her vom 0,5er bis zum Golden Pocket wären es zwar 5%, aber da kann man theoretisch mit zwei Entries arbeiten. Heißt einmal am 0,5er, dann kurz vor dieser nächsten vier Stunden Demandzone und dann schauen wir mal, ob wir hier die Trendwende reinkriegen. Aber wie gesagt, da werde ich euch in der Signalgruppe auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden halten, sollte hier noch ein Setup geeignetes kommen. Und ansonsten, ja, schauen wir uns doch ganz kurz die News an. Wie es da aussieht, Bitcoin ein Top-Anwärter, um Gold zu übertreffen. Ja, das wird halt auch schon seit Jahren gesagt. Ganz ehrlich, von der einerseits Dezentralität und von der begrenzten Menge, ja. Aber es wird sich über Jahre dann erstmal erstrecken, meiner Meinung nach zumindest. Gut, dann hören wir uns später wieder zum Wochenausblick so um, ich denke mal 14.30 Uhr, 15 Uhr, irgendwann wird er dann online kommen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Start in den Samstag. Wir hören uns dann später wieder. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Und dann war es das von mir. Bis später. Ciao, ciao und stay crypto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.